Wir sind immer noch dabei und wir haben immer noch Spaß und ich hoffe, wir können noch mal 20 Jahre hier zusammen machen. Erfekt war das. Sehr gutes Fahrverhalten, macht Spaß, gutes Motorrad würde ich kaufen. Es ist eine tolle Geschichte und ich finde es wichtig, dass das das erste Mal gemacht wird. Es ist schön, ich liebe es. Ich will hier jeden Jahr sein. Es ist gut, die Bike Show ist sehr gut gesucht mit bald über 70 Bikes und ich muss sagen, die Qualität ist wesentlich besser als im letzten Jahr. Es sind viel mehr außergewöhnliche Motorräder da. Musik Es ist ein perfektes Klima, die Leute sind wunderbar. Musik Es ist ein perfektes Klima. Musik Es ist ein perfektes Klima. Musik Es ist ein perfektes Klima. Es ist ein perfektes Klima. Musik